Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich male heute mal wieder jemanden im Topmodelmalbuch und einige von euch hatten sich gewünscht, dass ich mal Ariana Grande male. Und dafür habe ich schon hier meine Filzstifte. Ich habe schon eine Seite ausgesucht. Die finde ich sieht irgendwie ein bisschen aus wie sie. Und jetzt geht's los! Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt geht's los! Ariana Grande ist fertig. Ich hoffe euch gefällt das Bild. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass man erkennt, dass sie das sein soll. Und sonst würde mich natürlich auch mal interessieren, ich habe jetzt ja schon wirklich einige Leute hier im Topmodelmalbuch gemalt, wen habe ich eigentlich am besten getroffen? Wer sieht der Person am ähnlichsten? Das könnt ihr gerne auch unten reinschreiben, dann schaut einfach nochmal in die Videos und schreibt mir dann hier unten in die Kommentare, welche ich am besten getroffen habe. Und vielleicht möchtet ihr auch schreiben, wer wirklich gar nicht so aussah wie die Person. Ich freue mich über eure Kommentare, sonst freue ich mich natürlich wie immer auch über einen Daumen nach oben. Ihr seht ja, ich habe einen langen Pferdeschwanz gemalt, ein baufreies Oberteil und eine ganz kurze Jeans. Findet ihr, dass die Kleidung zu ihr passt, das könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!